Basketball-Superstar Kevin Durant ist trotz seiner Wadenverletzung mit den Golden State Warriors nach Toronto gereist. Am Donnerstag, Ortszeit, dritte Titelverteidiger bei den Raptors zum ersten Spiel der Best-of-Seven-Final-Serie der NBA-Jahn. Bilder-Galerie NBA-Playoffs, Aufreger, Torbleistungen, Überraschungen 26 Bilder jetzt aktuelle NBA-Fan-Artikel kaufen. Hier geht's zum Shop, Anzeige Durant, der sich die Wadenverletzung am 8. Mai im 5. Viertelfinalspiel gegen die Houston Rockets zugezogen hatte, steht für die erste Partie definitiv nicht zur Verfügung. Ob der All-Star-Forward bereits im zweiten Spiel in Toronto am Sonntag, Ortszeit, zum Einsatz kommen kann, ist noch offen. Das Team geht davon aus, dass Durant im Laufe der Serie wieder fit sein wird. Meist gelesene Artikel für E-Sball, Bundesliga-Berthold zerlegt den VfB Stuttgart-Fußball, Bundesliga-Höhne spricht über Großverkauf-Fußball, Bundesliga-Elgat, darum sollte FCB Sané holen-Fußball, Bundesliga-Tuchel springt Kovac zur Seite-Fußball, 2. Bundesliga-Wen schlägt FCI und steigt auf Let's Blockets. Why? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR